Mein Name ist Christoph, auf meiner Webseite www.computerkurs.com und meinem YouTube-Kanal findet ihr kostenlose Übungsbeispiele. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen und drück bitte auf Kanal abonnieren. Viel Spaß mit den Übungen! In diesem Video geht es darum, Datenbanken zu verstehen anhand vom Programm Microsoft Access. Das ist einmal ein Einführungsvideo, was euch die theoretische Inhalte oder das theoretische Verständnis übermitteln soll und später schauen wir uns dann Praxisbeispiele und unsere ersten Übungen an. Es gibt viele verschiedene Datenbankprogramme, die verwendet werden, um Daten einzugeben, zu verwalten, abzufragen und auch wieder auszugeben. Wir verwenden Microsoft Access und ich werde in dieser Einleitung erklären, wie eine Datenbank funktioniert, welche Elemente es gibt und wie man tagtäglich Datenbanken verwendet. Zuerst einmal muss man verstehen, dass in einer Datenbank Daten eingegeben werden. Durch Auswerten dieser Daten erhält man dann Informationen. Ein Beispiel hierfür ist, die Temperatur in Wien an jeden Tag im Jänner, Februar, März, April etc. zu messen. Es werden bestimmte Daten erfasst und eingegeben, also gespeichert. Und durch diese Daten, durch diese einzelnen Datenpunkte erhält man Informationen, wie zum Beispiel den wärmsten oder den kältesten Tag im Monat, im Jahr, welche Durchschnittstemperaturen in welchen Monaten ist. Und hierfür kann man sehr, sehr viele verschiedene Informationen und Daten ganz einfach archivieren. Man kann die Geburten festhalten, um dann eine Geburtenrate zu eruieren oder eben auch festzustellen, ob die Geburtenrate in den letzten zig Jahren gesunken oder gestiegen ist. Das heißt, das Kernelement ist immer die Erfassung und die Archivierung von Daten. Und anhand von dieser Daten können dann entsprechende Informationen verarbeitet werden. Informationen verwalten. Grundsätzlich werden in einer Datenbank Daten und Informationen verwaltet. Diese können zum Beispiel wie folgt aussehen. Eine Mitgliedsnummer, ein Vorname, ein Nachname, eine Straße, eine Postleitzahl, Vorname, Nachname, Straße, Postleitzahl, Ort, eine Artikelnummer, eine Beschreibung, ein Einkaufspreis, ein Verkaufspreis, die Information, ob etwas lagernd ist, ja oder nein. Diese Informationen oder Daten müssen zuerst erfasst eingegeben werden. Danach kann man diese Informationen wiederfinden, aktualisieren, löschen oder auswerten in einer Datenbank. Wenn wir mit Access arbeiten, haben wir bestimmte Elemente, mit denen wir zu tun haben. Elemente, die wir verwenden, sind Tabellen, Formulare, Abfragen und Berichte. Um die Daten in strukturierter Form zu speichern, geben wir diese in der Tabelle ein. Die Tabelle ist also die kleinste, aber auch wichtigste Einheit einer Datenbank. Ohne Tabelle gibt es keine Daten und somit auch keine Datenbank. Wir können dann später auch zwischen Tabellen eine Beziehung erstellen, um gemeinsam auf einen vollständigen Datenstamm zugreifen zu können. Meine Regel für meine Kursteilnehmerinnen lautet immer, immer wenn wir etwas Neues erstellen müssen, sprich eine neue Tabelle, ein neues Formular, eine neue Abfrage, einen neuen Bericht, wird zuerst das alte Fenster geschlossen. Für das Erstellen von etwas Neuem, die Tabelle erstelle ich mit meinen Kursteilnehmerinnen immer im Tabellenentwurf, alles andere erstelle ich mit dem Assistenten. Das Formular wird mit dem Formularassistenten erstellt, die Abfrage wird mit dem Abfrageassistenten erstellt und der Bericht wird mit dem Berichtsassistenten erstellt. Das heißt, hier bitte noch einmal zu merken, immer wenn wir etwas Neues erstellen sollen, bitte zuerst das alte Fenster schließen und die Tabelle wird im Entwurf erstellt, alles andere wird mit dem Assistenten erstellt, der uns Schritt für Schritt durchleitet. Schauen wir uns die Tabelle einmal im Detail an. Es gibt für die Tabelle zwei Ansichtsarten, die wir verwenden werden. Das eine ist die Entwurfsansicht und das andere ist die Datenblattansicht. In der Entwurfsansicht müssen wir die Tabelle zuerst entwerfen, sprich planen. Wir müssen uns überlegen, welche Daten werden verwendet, welche Felder später gebraucht werden und welche Felder für unsere Datenbank generell relevant sind. Auf der linken Seite werden wir dann in Access unsere Access Objekte sehen, unter anderem die Tabellen, die gerade offen sind. Und auf der rechten Seite gibt es dann die Spalte Feldname, wo wir eben Vorname, Nachname etc. hineinschreiben können. Das heißt, bei der Spalte Feldname vergebe ich den Namen für das entsprechende Feld, was ich später brauche. Vorname, Nachname, Posterzahlort, Artikelnummer, Artikelname und so weiter. Beim Felddatentyp suche ich mir aus dieser Liste dann aus, was für ein Eingabeformat für dieses Feld richtig ist. Das heißt, wir haben hier unten ein paar Beispiele für Feldnamen und die dazugehörigen Felddatentypen. Beim Feldnamen Vornamen wird ein Text eingegeben. Dafür brauchen wir beim Felddatentyp kurzer Text. Ein Geburtsdatum ist Datum, Uhrzeiteingabe. Ein Gehalt wird in einer Währung eingegeben. Eine Abfrage, ob etwas ausgeliehen ist in einer Bücherei, ist eine Ja-Nein-Abfrage. Die Postleitzahl ist eine Zahl. Buchbeschreibung oder Filmbeschreibung ist langer Text. Das war früher mal Memo, ist aber inzwischen schon langer Text. Und eine Artikelnummer ist zum Beispiel ein Autowert, ein automatischer Wert, der vom System vergeben wird. Das heißt, hier ist für uns einmal wichtig, dass wir verstehen, Feldname suchen wir uns generell aus. Das sind die Daten, die wir wollen, dass jemand in unserer Datenbank, in unserer Tabelle dann eingibt. Und der Felddatentyp definiert einfach nur, was für eine Art von Eingabe wird dort vorausgesetzt. Ein Text, eine Zahl, eine Uhrzeit, ein Ja-Nein, eine Checkbox und so weiter und so fort. Es gibt dann, je nachdem welchen Felddatentyp wir auswählen, unten bei den Feldeigenschaften noch weitere Optionen, um die Inhalte genauer zu definieren oder einzuschränken. Ich zeige euch das mal kurz auf der nächsten Seite. Das heißt, wir haben hier, wie gesagt, unsere Tabelle. Da sehen wir Feldname, Felddatentyp und ganz unten, wo der Pfeil hinzeigt, hier unten sehen wir die Feldeigenschaften. Und hier gibt es auch noch weitere Optionen und Einstellungen, die wir vornehmen können. Je nachdem, welchen Felddatentyp wir ausgewählt haben, gibt es hier unten auch verschiedene Feldeigenschaften. Hier habe ich einfach nur kurz hergezeigt, einmal Felddatentyp Text, das ist aber vertauscht. Felddatentyp Text ist bitte das rechte Bild und Felddatentyp Zahl ist hier bitte das linke Bild, die zwei Stimmen nicht überein. Das heißt, für unsere Zwecke ist es ausreichend zu wissen, wo diese Feldeigenschaften sind, dass es sie gibt und was die wichtigsten Inhalte sind. Dazu kommen wir noch. Das heißt, in den Folgeübungen steht zum Beispiel dort, wir sollen beim Felddatentyp Text auswählen. In den Feldeigenschaften sollen wir sagen, wie die Größe sein soll, was ein Standardwert ist, was eine Gültigkeitsregel ist, ob es indiziert werden soll und so weiter und so fort. Und wir sehen hier einfach, je nachdem, was für einen Felddatentyp wir ausgewählt haben, gibt es verschiedene Feldeigenschaften, weil natürlich eine Zahl nicht die gleichen Eigenschaften haben wird, wie ein Textinhalt. Da kann man verschiedene Anpassungen vornehmen. So, hier sehen wir jetzt noch einmal die Übersicht von Access. Das heißt, hier haben wir dann die Übersicht der Access Elemente, die wir haben. Hier haben wir zum Beispiel unsere Tabelle 1, Feldnamen, Felddatentyp, unten noch einmal die Feldeigenschaften und links oben bei Ansicht kann man die Ansicht wechseln. Bei einigen Elementen gibt es viele verschiedene Ansichten. Das heißt, mit dem Pfeil nach unten könnt ihr euch eine aussuchen. Bei der Tabelle hier haben wir sowieso nur die Datenblattansicht oder die Entwurfsansicht. Hier sind wir gerade in der Entwurfsansicht. Wir entwerfen und planen diese Tabelle und wenn wir einfach draufklicken, würden wir auf die Datenblattansicht wechseln. Also, unten bei den Feldeigenschaften sind die Feldgröße, Dezimalstellenanzeige, Standardwert, Gültigkeitsregel und Gültigkeitsmeldung. Eingabe erforderlich, indiziert die Eigenschaften, die wir noch genauer kennenlernen werden. Ich habe hier unten schon einmal ein paar Sachen erklärt. Bei der Feldgröße, hier kann definiert werden, welche Zahlen eingegeben werden können. Das heißt, Feldgröße bei Integer, Long Integer etc. Da kann man zum Beispiel sagen, okay, es sollen nur Zahlen im positiven Bereich eingegeben werden, in bestimmten Dezimalstellen, in bestimmter Millionenhöhe. Der Knackpunkt ist ganz einfach. Je nachdem, welche Feldgröße man hier auswählt, verbraucht Access eine andere Einheitsgröße für den Speicher von dieser Zelle. Das heißt, das Problem ist, wenn wir eine ganz große Datenbank haben mit vielen Datensätzen und Eingaben, dann kann es einfach, wenn man hier die falsche Feldgröße wählt und unnötig viel Speicherplatz durch diese Daten belegt wird, die Datenbank einfach langsamer machen und das erkennt man dann beim Filtern, Suchen, Abfragen von diesen Daten. Das ist für unsere Übungen komplett irrelevant. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass man sagt, okay, Textgröße soll nicht 255 Zeichen sein, sondern beim kurzen Text soll nur 50 Zeichen eingegeben werden können. Dann kann man das unten hier definieren. Den Standardwert, der Standardwert hier kann bei einer Adresseingabe in Österreich zum Beispiel Österreich als Standardwert eingetragen werden. Das würde bedeuten, wenn wir in einem Kaufhaus sind, Adressen sammeln, steht Österreich automatisch dort und nur falls wir Gäste aus dem Ausland haben, dann muss man die entsprechend eintragen. Dafür ist dieser Standardwert gut, dass er uns ganz einfach etwas Arbeit abnimmt. Die Gültigkeitsregel und die Gültigkeitsmeldung. Gültigkeitsregel, hier kann definiert werden, was als Eingabe erlaubt ist. Als typisches Beispiel für die Eingabe vom Geschlecht, dass nur M oder W akzeptiert wird. Falls jemand etwas anderes eingibt, dann kann man hier eine Gültigkeitsmeldung ausgeben und in der Gültigkeitsmeldung ist dann quasi eine kleine Fehlermeldung, die aufpoppt, wo eine Erklärung drinnen steht, warum das nicht funktioniert. Das heißt, jeder, der eine Gültigkeitsregel definiert, sollte meiner Meinung nach auch eine Gültigkeitsmeldung dazu verfassen, dass die Leute auch verstehen, warum das falsch oder unter Anführungszeichen falsch eingegeben worden ist und wie man es richtig formatieren soll. Falls also zum Beispiel jemand F für Female beim Geschlecht eingegeben hat, dann soll ein Fenster aufgehen, wo steht, für das Geschlecht ist nur die Eingabe von M für männlich und W für weiblich erlaubt. Das wäre so ein typisches Beispiel für Gültigkeitsregel und Gültigkeitsmeldung. Indiziert oder Index, man kann einen Index setzen, dadurch wird das Suchen und Sortieren von Daten beschleunigt und für diese Funktion der Indizierung gibt es die Optionen, ja, es soll indiziert werden und Duplikate sind möglich, zum Beispiel bei einer langen Liste, wo es mehrere Einträge geben wird, ja, ohne Duplikate oder nein. Wenn wir also eine Adressliste indizieren wollen, dann wären bei den Feldern Vorname, Nachname, Posterzahl, Ort etc. natürlich immer ja, Duplikate möglich, da es mehrere gleiche Datensätze geben wird. Was ich unten jetzt nicht erklärt habe, was aber hier ganz einfach noch in der Liste drinnen war, Eingabe erforderlich, ist natürlich genauso auch spannend. Man kann definieren, ob das ein Pflichtfeld ist. Dann kommt man in den nächsten Datensatz nur, wenn man dort einen Inhalt eingegeben hat. Das wäre Eingabe erforderlich. Links oben können wir die Ansicht wechseln und von der Entwurfsansicht der Tabelle zur Datenblattansicht wechseln. Das haben wir hier oben schon gehabt, hier links oben bei der Ansicht können wir von unserer Entwurfsansicht in die Datenblattansicht wechseln. Es werden dabei zwei Dinge gefragt oder gefordert. Zum einen muss man den Namen von der Tabelle eingeben. Man kann, wenn man neue Tabelle erstellt, einmal alles eingeben mit dem Wechsel in die Datenblattansicht, muss aber dann die Tabelle gespeichert werden oder mit dem Schließen der Tabelle und man wird gefragt, ob wir einen Primärschlüssel setzen wollen. Bei jeder Tabelle ist ein Primärschlüssel erwünscht. Ein Primärschlüssel macht einen Datensatz eindeutig identifizierbar und darf nur einmal in einer Tabelle vorkommen. Typische Beispiele für Felder mit einem Primärschlüssel sind zum Beispiel eine Rechnungsnummer, eine Mitgliedsnummer, eine Artikelnummer, eine Mitarbeiternummer und so weiter und so fort. Alle diese Daten dürfen nur einmal in einer Liste vorkommen. Es dürfen nicht zwei Mitglieder die gleiche Mitgliedsnummer haben. Wir brauchen später einen Primärschlüssel, um Tabellen auch miteinander verbinden zu können, eine Beziehung zu erstellen. Das schauen wir uns aber später auch noch an. Wenn diese Aufgaben erledigt wurden, sprich die Tabelle zu speichern und die Frage beantworten, ob wir einen Primärschlüssel setzen wollen, dann finden wir uns in der Tabelle in der Datenblattansicht wieder. Die Tabelle in der Datenblattansicht sieht dann eher so aus, wie wir es von Excel schon wieder gewohnt sind, nämlich es gibt hier eine Tabelle, oben haben wir sogenannte Spaltenüberschriften. Das ist das, was wir vorhin als Feldname definiert haben. Wir haben gesagt, wir wollen den Vornamen, den Namen oder Nachnamen, die Straße, Postleitzahl und Ort als Feldname, sprich hier in der Liste wäre das drinnen und zu jedem Feldnamen haben wir dann hier auch definiert, welche Felddatentypen wir wollen. Das heißt zum Beispiel Vorname soll kurzer Text sein, Name, kurzer Text, Straße, kurzer Text, Postleitzahl soll Felddatentyp Zahl sein und Ort brauchen wir wieder kurzer Text. Das heißt, das ist unsere Tabelle in der Datenblattansicht, diese Überschriften quasi in diesen Spalten sind unsere Feldnamen, die wir vorher definiert haben und hier haben wir dann unsere verschiedenen Datensätzen, nämlich eine ganze Zeile ist immer ein Datensatz. Das ist ein Kunde, ein Mitarbeiter, ein Mitglied, das ist ein Datensatz und eine einzelne Zelle, das bezeichnet man als Datenfeld. In einem Datenfeld ist in der Regel nur eine Information drinnen, zum Beispiel die Postleitzahl, der Ort, der Vorname, der Nachname. Nicht mehrere Inhalte in den Datenfeld hineingeben, weil dann kann man im Nachhinein schlechter danach suchen, filtern, sortieren etc. Einzige Ausnahme wäre die Straße, wo auch die Hausnummer mit dabei ist. Hier in der Datenblattansicht werden die Daten strukturiert gespeichert und können hier aktualisiert, ergänzt oder auch gelöscht werden, auch gefiltert. Die Spalte in der Tabelle ist also die Spaltenüberschrift, der Feldname, die Zeile in der Tabelle ist noch einmal der Datensatz, ein Kunde, ein Artikel und so weiter. Eine einzelne Zelle nennt man Datenfeld. In der Datenblattansicht können wir die Daten auch filtern, wobei bestimmte Datensätze einfach ausgeblendet werden, die nicht den Filterkriterien entsprechen. Dann gibt es in Access noch diese drei anderen Elemente, nämlich wir haben in Access auch Formulare. Im Prinzip können wir über die Formulare auch Daten in eine Tabelle eingeben oder aus einer Tabelle auslesen. Das heißt, Formulare sind die Darstellung einer Tabelle in Formularmasken. Hierbei kann man die Daten bearbeiten, aktualisieren und auch ergänzen oder löschen. Es gibt die Abfragen in Access. Hier werden die Daten von einer Tabelle bezogen und nach bestimmten Filtern oder Suchkriterien, Sortierungswünschen etc. ausgegeben. Ein Beispiel für eine Abfrage ist, ich will nur alle Kunden sehen, die aus Wien sind und weiblich. Nur die bekommen eine Einladung für unsere Neueröffnung vom Kosmetiksalon in Wien zum Beispiel. Und dafür brauchen wir die Abfrage, alle weiblichen Kunden aus Wien. Bei den Berichten, hier kann man über Tabellen oder Abfragen, also Berichte kann man über Tabellen oder Abfragen erstellen. Und das sind quasi präsentationsreife Folien, die man gleich ausdrucken kann. Und auch hier kann man nach bestimmten Kriterien gruppieren, sortieren und so weiter. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen, Gehälter, Gehaltslisten von unseren Mitarbeitern in Wien, Burgenland, Niederösterreich etc. in den Bundesländern, dann kann man sagen, man will das nach Kriterien gruppiert haben und sortiert und bestimmte Daten noch dazu ausgeben. Dass ich zum Beispiel feststellen kann, wie ist der Durchschnittsgehalt unserer Mitarbeiter in den verschiedenen Bundesländern, um dort vielleicht verschiedene Diskrepanzen oder Ausreißer festzustellen. Das können wir über Berichte lösen. Dann haben wir noch zwei, drei diverse Sachen, die ich noch kurz erläutern will. Das eine ist einmal das Wort Datenredundanz. Das Wort Datenredundanz wird für die meisten eher was Neues sein. Datenredundanz bedeutet das doppelte Abspeichern von bestimmten Daten und dies gilt es bei Datenbanken bei Access zu verhindern. Stellen wir uns folgendes Beispiel vor. Ein Mitarbeiter wird von der Buchhaltung angelegt mit Mitarbeiternummer, Vorname, Nachname, Straße, Posterzahl, Ort. Dann gibt es Seminare und der Seminarleiter legt ebenso die Daten an mit Vorname, Nachname, Seminarnote. Dadurch werden bestimmte Daten, nämlich Vorname und Nachname, doppelt in der Datenbank gespeichert. Richtig wäre es zu sagen, der Mitarbeiter mit der Nummer XY hat diese Seminarnote erhalten und über eine Beziehung kann man eben diesen Datensatz vervollständigen und es müssen Vorname, Nachname, Straße, Posterzahl, Ort etc. nicht zweimal in einer Tabelle eingegeben werden. Das ist wichtig, um Datenredundanz, dieses doppelte Abspeichern von Daten zu verhindern. Das hat auch zwei oder verschiedene andere Aspekte, nämlich stellen wir uns vor, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zieht um, heiratet, nimmt einen anderen Nachnamen an und so weiter und so fort. Dann müsste man auch hier, wenn die Daten in mehreren verschiedenen Tabellen gespeichert sind, auch in mehreren verschiedenen Tabellen wieder umändern. Wenn ich allerdings immer nur auf ein Stammdatenblatt quasi von einem Mitarbeiter zugreife und über Beziehungen eine Verknüpfung quasi herstelle, dann reicht es bei einer Adresseänderung, bei einer Hochzeit etc. einfach nur die Daten im Stammdatenblatt in der Stammtabelle zu ändern. Diese Beziehungen, diese Verbindungen von verschiedenen Tabellen oder Datensätzen innerhalb von Tabellen wird über Beziehungen hergestellt. Das heißt, über Beziehungen kann ich dann definieren, a Mitarbeiternummer gehört zu dem ganzen Datensatz, Vornamen, Nachnamen, Straße und so weiter und der Seminarleiter kann dann nur mehr sagen, diese Mitarbeiternummer hat das Seminar besucht und die Note bekommen und durch diese Beziehung weiß man dann, welcher Mitarbeiter das genau war. Typische Fehler, die wir verwenden, ist eben zum Beispiel nur Name und Postelzahlort in einer Zelle. Das soll bitte gesplittet sein, Vorname und Nachname, Postelzahl und Ort separat, dass man eben entsprechend besser filtern und sortieren kann. Dadurch bleibt es möglich, dass nach diesen Feldern richtig gesucht, gefiltert und sortiert werden kann. Ein typisches Feld, wo die Eingabe in einem Feld möglich ist, wäre jedoch die Straße und die Hausnummer. Dann muss man bei der Wahl von verschiedenen Felddatentypen aufpassen. Es gibt manche Felddatentypen, die ein bisschen tricky sind. Eines davon ist zum Beispiel bei Telefonnummern. Man wäre verleitet dazu, dass man bei Telefonnummern sagt, okay, der Felddatentyp ist Zahl, weil es werden Zahlen eingegeben. Das stimmt aber nicht immer. Nämlich generell wird eine Null bei Zahlen sehr gerne gelöscht und es würde dann die Telefonnummer ohne Null angezeigt werden. Oder wir dürfen nicht vergessen, je nachdem welche Daten wir erheben, kann es sein, dass wir plus 4,3 plus 4,9 für Ländervorwahlen haben oder dass bei einer Telefonnummer ein DW für Durchwahl dabei steht. Deshalb ist bei einer Telefonnummer der Felddatentyp Text richtig, also kurzer Text. Und Feldeigenschaften. Für uns ist es nicht im Detail wichtig, aber generell sollte man trotzdem verstehen, eben dass unten bei den Feldeigenschaften sehr viel Speicherplatz von dieser Datenbank reduziert werden kann, indem man das richtig verwendet. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Vorname beim Felddatentyp bekommt den kurzen Text, dann wird von Haus aus mit 255 Zeichen dieser Datensatz quasi freigegeben und gespeichert. Aber welche Vorname hat 255 Zeichen? Aber Achtung, auch nicht zu kurz definieren, weil falls es beim Nachnamen zum Beispiel lange Doppelnamen gibt oder in einem Land mehrere Vornamen üblich sind, sollen auch diese Eingaben möglich sein. Das soll jetzt einmal ein Grundverständnis bieten, wie eine Datenbank aufgebaut ist. Und hier für uns zum Verständnis, wo verwenden wir solche Datenbanken und solche Datenbank-Elemente? Jeder von euch hat sowas schon einmal verwendet. Ich will euch gerne ein Beispiel geben. Wenn ihr schon einmal eine Reise im Internet gebucht habt, einen Flug gesucht habt, ein Hotel gesucht habt, müsst ihr euch das so vorstellen. Im Hintergrund sind die Tabellen, die quasi die Daten enthalten, welche Flüge gibt es, zu welchen Zeiten, von wo, wohin und so weiter und so fort. Dann haben wir ein Formular, das ist meistens auf der Internetseite, wo wir dann eingeben können bei Hausnummerbooking.com. Wir suchen ein Hotel in Hamburg von dem Datum bis zu dem Datum für zwei Personen und so weiter. Suchen. Das geben wir im Formular ein. Dann, das was wir im Formular übermittelt haben, wird im Hintergrund als Abfrage bearbeitet. Nämlich die Abfrage hat dann definiert. Wir suchen in dem Zeitrahmen in Hamburg ein Hotel für zwei Personen und so weiter. Und der Bericht ist das, was wir am Schluss sehen, wenn uns Booking.com am Schluss alle verfügbaren Hotels anzeigt, die in unserer Abfrage, die wir definiert haben, verfügbar sind. Das heißt, alle Hotels, die nicht verfügbar sind, werden nicht angezeigt. Wir sehen dann nur mehr alle verfügbaren Datensätze. So funktioniert eine Datenbank. Gibt es auf jeder Plattform. Airbnb, Booking.com, auch Google verwendet genau das gleiche System. Es gibt im Hintergrund eine riesen Datenbank, die definiert, auf welcher Seite findet man welche Keywörter oder Suchbegriffe. In der Google-Leiste, das ist unser Formular, geben wir einen Suchbegriff ein. Google startet im Hintergrund die Abfrage nach diesem Suchbegriff und im Bericht sehen wir dann das entsprechende Ergebnis. Ich hoffe, diese Einführung hat euch geholfen und gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt und auch die weiteren Übungen zum Thema Datenbanken. Mit mir durch geht's. Viel Spaß! Gib dem Video ein Like und abonniere den Kanal. Auf der rechten Seite kannst du gleich das nächste Übungsbeispiel durchgehen oder versuch einfach ein Gesamtbeispiel zu lösen. Viel Spaß bei den nächsten Übungen und danke für deine Unterstützung.